Hallo Leute, beziehungsweise liebe Demonstrierende vor der Drohnenbasis Rammstein. Ja, leider bin ich ja heute daran gehindert, bei euch zu sein. Aber auch wenn ich heute nicht unter euch stehe, so stehe ich doch zu euch. Und zwar auch, weil ich zu mir selbst stehe. Denn für Frieden und Abrüstung zu sein, das ist doch ein wahrhaft gesunder Egoismus. Wer dagegen für Krieg und Drohnen wirbt, darf als Masochist oder Selbstmörder bezeichnet werden. Es sei denn, er gehört zu dieser kleinen radikalen Minderheit der Absahner, die durch Produktion von Drohnen und anderem Kriegsmaterial, durch Export und spekulative Geschäfte mit Rüstungsaktien ihr Schäfchen ins Trockene bringen. Und das, genau das, ist für mich ein total kranker Egoismus, der über Leichen geht. Und so wende ich mich heute an alle Journalisten und Reporter, die über dieses Friedensfestival berichten. Ich meine, es ist Ihnen doch bekannt, dass der US-Militärstützpunkt Rammstein ein zentrales Drehkreuz für die Vorbereitung und Durchführung völkerrechtswidriger Aktionen ist. Also, Ihr Medienmacher, unterstützt bitte unsere Initiative, stellt bitte in Zukunft unbequeme Fragen. Zum Beispiel, warum duldet die Bundesregierung die völkerrechtswidrigen und verfassungswidrigen Aktivitäten der USA auf deutschem Boden? Warum kündigt die Bundesregierung das Stationierungsabkommen nicht, wenn sie doch weiß, dass über die Satellitenrelaisstationen Tausende von Menschen außergerichtlich getötet werden? Und was geschieht? Was geschieht wohl psychologisch mit Menschen in Afghanistan, Pakistan, Jemen, Syrien, Libyen, Irak und Somalia, wenn solche Drohnen zum Beispiel in Hochzeitsfeiern und Beerdigungen bersten? Was passiert bei denen psychologisch? Warum liest man in so wenig Zeitungen und hört in so wenig Sendern, dass alle paar Minuten ein Flugzeug über die Regionen gröhnt? Dass das Grundwasser durch die laufende militärische Nutzung versifft und verdreckt ist? Dass durch das Auftanken in der Luft über der Region giftiges Kerosin herunterrieselt mit einem krebserregenden schwarzen Filz auf den Häuser? Warum, warum wohl, sind die Emissionswerte der Luft dort deutlich höher als in der Umgebung? Weitere Frage. Welche Konzerne sind außer Airbus noch beteiligt, wenn die Bundesregierung jetzt eigene Kampfdrohnen für die Bundeswehr anschaffen will? Eine eigene sogenannte Euro-Drohne mit Gesamtkosten von einer Milliarde Euro? Welche deutsche Beteiligung gibt es an den Kriegsspielen von Trump und den US-Atomwaffen im nahen pfälzischen Büchel? Mit einer Einsatzmöglichkeit bis an die Grenze Russlands zu Nordkorea? Wir, wir alle, die Unterhaltungskünstler, wie auch die Publizisten und Medienmacher, wir alle müssen sehr viel ungehorsamer fragen und unser Recht auf Antwort einfordern. Wenn Trump jetzt jeden NATO-Staat zwingen möchte, seinen Rüstungsetat auf 2% zu steigern, für Deutschland würde das ja quasi eine Verdopplung bedeuten, dann kann ich nur alle Parteien aufrufen, sagt Nein. Sagt Nein dazu vor der Bundestagswahl, aber dann bitte auch nach der Bundestagswahl. Sagt also deutlich Nein zu Trumps regelmäßiger Kinnliste, die von deutschem Boden, von amerikanischen Drohnenpiloten Woche für Woche abgearbeitet wird. Wir alle, wir rufen nach Frieden. Und Frieden ist für uns nicht nur die regionale Abwesenheit von Krieg, nein, Frieden ist für uns ganz einfach unsere Geisteshaltung. Dankeschön. 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 Dankeschön.